und hallo zusammen willkommen zu einem weiteren part von ssb online for video wir machen wieder hart auf hart 1 gegen 1 wie immer so werden wir es auch immer machen halt die gleiche regel jeden fünften also 25 35 45 machen wir so also machen mit team kämpfe und bei jeder vollen zahlen machen wir dann wieder auch jemand der verspielt ich glaube ich glaube ich habe den schon mal also gegen den schon mal gespielt verdammt es leckt schon wieder was soll das oiga ja nein also an mir liegt das nicht dass es so komisch leckt das weiß ich also das habe ich in letzter zeit herausgefragt aber mir liegt das nicht also es läuft eigentlich immer flüssig auch wenn ich auf jemanden treffe Prozent es ist wirklich wesentlich sind es die ab ja die andere sind mal wieder schuld genau ich schieb es natürlich immer auf die anderen genau so ist es es ist natürlich leicht aber alles auf die anderen zu füllen es ist so 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 ja ich muss nicht so komisch rum du 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020